Hallo, mein Name ist Strumpfick. Ich bin auf der Suche nach einer Partnerin. Ich suche was für untenrum. Mein Name ist Strumpfick. Wie der Name schon sagt, bin ich gut. Hallo, hallo. Wie ist dein Name? Strumpfiene. Wie? Strumpfiene? Strumpfiene. Oh, Strumpfiene. Du hast ein leckeres Aussehen. Darf ich dich mal eben benetzen? Oh, du riechst gut. Du bist gut. Du schmeckst gut. Ich habe Lust auf mehr, Strumpfiene. Strumpfick? Ich aber nicht. Oh, Strumpfiene. Was soll das? Strenge dich doch mal ein bisschen an. Und deine Sockenzellen. Aber Hirnzellen. Ja. Was soll ich denn machen? Dreh dich um. Warum? Weil ich es dir sage. Ich mag aber nicht. Dann drehe ich dich um. Oh, 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 oh Professor, Professor Michi und mir Was ist denn das? Was ist das? Was sehe ich denn da? Ja, Entschuldigens, ich bin aus dem Schweiz, aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Du hast ihn hier irgendwie aus der Schweiz. Ja, ich bin aus dem Bayerischen Wald. Ja, das hört sich ja schon besser an. Und was machst du hier? Ja, ich war auf der Suche nach einem Bartler. Aber das dauert, glaube ich, noch bis Ostern. Bis Ostern. Ja, ciao, ciao.